Moin moin Leute, wir sind zurück mit einer Runde Dungeons & Dragons Dark Alliance. Mittlerweile bei der 9. Folge, bzw. nein, eigentlich nicht die 9. Folge, wir haben schon ein paar Missionen vorgespielt. Das seht ihr an unseren Ausrüstungen, es hat sich einiges getan, aber uns ist leider ein Malheur passiert. Wir hatten leider das Mikrofon-Sound nicht mit auf der Aufnahme drauf. Dementsprechend müssen wir jetzt nochmal rückwirkend die Missionen spielen, die wir schon gespielt haben. Sollte aber an sich nicht das Problem sein. Ich hoffe, ihr verzeiht uns und wir legen jetzt los mit der 9. Mission, dann in dem Fall der Orden des wahren Lichts. Aber wir starten das Ganze auf Stufe 6 mit 2800er Kampfgruppenstärke. Also, über das uns müssen wir nochmal reden, ne? Schießt ihr uns hier einfach mit rein, ne? Warum kann ich eigentlich keine Emotes benutzen? Verdient. Können wir auch sagen, ach ja, Leute, ihr könnt ihr auch noch nachträgt dich in den Kommentaren zu dieser Episode dem Dexos nochmal nachträglich zum Geburtstag alle gratulieren. Ja, stimmt, ne? Hey, es gibt wieder hinter uns Kissen. Oh, mit epischen Kristallen, ne? Sehr schön. Immer so. Die Sache ist in dem Spiel reicht es, wenn einer das sieht. Das Ding ist, du haust die Kiste kaputt, aber dir ein Geldbeutel, der darunter liegt, lootest du nicht, ne? Aber mein, ich mein, Steve. Naja, meine schon. Ich wollte noch in Angriff. Und außerdem hast du gelootet, während ich noch in der Luft war. So schnell kann ich gar nicht looten, wie du ein Gold bist, Junge. Das ist von mir, dass das von mir regnet. Okay. Ich habe neue Attacken für mich entdeckt. Was, das ist schon sehr. Ja, man, Special. Ich auch, ja. Geil. Erstmal Special. 20 Stunden im Spiel, so, ja, man, endlich. Game Special. Alter. Warte, weggeflogen? Jetzt weiterläuft, ne? Da war ja letztes Mal aus, dass das verkackt hat. Guck mal her. Ich glaube, hier kommen wir schon noch lang. Hier kann man sich den Weinpacken, ne? Dann kann man hier rüber. Ja. Weil man kommt, man ist noch ein Graal. Oh, so ein Schlüssel. Der Graal mit dem Portal, ne? Du Hofnagung. Der Tischer mit dem Becher, ne? Der Becher mit den Fächer ist, der Graal mit dem Pokal. Der ist gut. Ich muss jetzt erst mal drauf klarkommen. Ich habe mittlerweile jetzt auch mal Ausdauertränke und den ganzen anderen Kampf. Das hatte ich vorher noch nie. Ich bin an ihm geschlagen. Ich hatte auch mal so ein Abschlussgefühl, der dann. Genau. Wir sind am Item-Küste. Sorry. Ja, nimm. Warte, ich muss kurz zu wagen. Lass die mal doch halt nicht. Ich muss kurz das Item abholen. Oh, fuck. Und der bringt die alle auseinander und schlagt daneben. Der Zwerg mit dem blauen Händen, der ist gefährlich. Ja, es gibt zwei davon. Ja, wir müssen die beide erst mal weg. Oh, weg hier. Wo ist der? Der hier? Ja. Einmal. Ich würde es tun hat den. Ja, dann machen wir beide weg. Oh, geh doch mal weg. Oh, hier ist noch der hier. Ja, ich würde es tun. Geholt hinten? Gehen wir noch im Kampf? Nein. Was ist das? Wo ist das denn hinten? Ach, da. Ja, hier rechts. Und hier kommt man hier runter. Oh. Hier auf der anderen Seite. Oh, das ist der Kriegsamheit. Ich bin nicht mehr. Ich werde verarscht oder gewöhnliche Seite. Ja, oh, scheiß. Oh, nein. Oh, ich spreche schon wieder hier. Geht es weiter dann? Ja, hier ist auch noch ein Item, glaube ich ja. Ja, die Brücke da hinten auch noch, ne? Ja, hier unten bei mir ist noch Item. Oh, episch. Ja. Brauch ich auch. Ja, oh, ein Legendärer. Geh mal weg mit einem epischen da. Du geringverdiener. Ich krieg nur Grünzeug, ne? Ist doch immer alles Bio-U oder was, ne? Bio-Item-Crafting, alter. Mussten wir ja erst hier in die Höhle. Ich glaub, wir mussten ja erst in die Höhle, ne? Ne, erst mal gehen wir hier hoch. Wir sind nur Items. Ich denke, da geht's weiter. Ja, aber da geht's, da ist doch der Questmarker. Ne, aber folgen wir auch der Questmarker da, wo es nicht weitergeht. Das hat er das letzte Mal auch schon ignoriert hier. Das ist echt ein Tod. Ne, hier ging es aber auch jetzt sehr weiter. Ich weiß, dass ich. Ich bin auch dort. Ich auch. Wir sind alle gestorben. Hä, was war denn das? Ne, du bist in die Suizidviecher. Wir sind an dem Suizidviecher. Nein, das war die Suizidviecher. Nein, das war die Suizidviecher. Also wenn, dann muss es ja irgendwas krasses netzwerkmäßig gewesen sein, weil die sind explodiert. Ihr wart alle tot. Und dann bin ich zu Suizidvie gegangen und wollte die wiederbeleben und auf einmal war ich auch tot. Nein, da ist noch einer reingechargt. Okay. Dann war das, wie gesagt, bei mir war nix. Dann war das Zauberer, die reinchargen. Dann war das Rubber-Rubber-Bunding. Nein, die chargen schon einfach rein. Aber visuell war für mich tot nichts. Ja, die sind zum Teil auch unsichtbar. Wollte ich gerade sagen, wie soll ich denn vor was ausweichen, was ich nicht weiße? Kannst du ja nur machen, wenn ich sehe. Oh nein, Bombe. Ey, los. Komm mal auf mit diesen Bomben hier. Das ist einfach nicht wirklich. Auf da, jawoll. Ja, Mann. Finisher-Move los. Ja, Finisher-Move los. Das kommt so random. Alle sind zu tot. Du so, ja, finishen. Jetzt geht's los. Alter. Mann, ey. Ich kann da mal stehenbleiben, so tief. Chargy. Ja, das ist der Stiefelkreis. Man kennt ihn. Ja. Gegang-raped. Klar. Wieder die blauen Händen und Hände, ne? Hemden, Alter. Die blauen Händen. Ja. Hier. Hier sind die blauen Händen. Ich stehe rein. Dann ein Händen. noch einer hinter uns ist der leben haben die bilden die haben über 30.000 points oder so ja nicht nur finde ich nur ja man normal ist nicht ich komme gleich einfach wieder her ich habe noch meine fähigkeit dass ich euch alle auf einmal wieder leben könnte wenn ihr sterbt einfach einmal attacken dass die kommen ich habe sie alle vertrieben ich habe das was auch so sind angemacht dahinter ich muss nur einmal dahinter war waren kristalle das hat beides rot geleuchtet was sollte ich machen das leben meines team nicht so viel wert wie das von kristall richtig alle darf ich aufheben priorisieren heilkreis oder sowas für unser rest voll machen wenn jetzt hier die dicken kommen jetzt dicken redest naja sammeln das trauen es noch schnell sammeln nebenbei ist wenn es immer drin hauptsache kiste ist schon gelootet da musst du durch da kommt dieser ultra und da oben das item holen kommen wir neue war dann immer wir haben es so schön da kommen wir jetzt mal eingesetzt aber ich meine eine fähigkeit für alle vereinen zu setzen ist ja auch jetzt einfach viel schneller geht als das normale wiederbeleben und ich mich dafür nicht hinstellen muss man greifen lassen muss ich muss recht aufpassen dass er nicht diese typen attack die sich opfern und das mitten in der gruppe jedes mal ich war ja nicht ich war ja nicht schon dran und habe eigentlich schon in den prozess schon gestartet gehabt als ob wir irgendwie was wir machen wir machen so ihnen alle button geschickt sollte ich gerade sagen macht ja aber von den kraften der ist die skill kampf taktiken ja die zwei skelette kann man schon auseinanderhalten ja der eine der glitzert wie behindert und der andere ist einfach ohne was die das jetzt ja auch hinten irgendwo und schießt sich da ein volk wenn du wenn du aber mittel darum bist alles platz und das ist das schon manchmal ich bin im kreis hier hatte gut verpasst immer wieder aus meiner line ich habe auch meine wirbelattacke gemacht so ein wildes ding alter krit von 9000 und ich habe gerade finde ich auch so ein vieh gemacht soll ich mir aufheben zwerg alter warum haust du mich jetzt wollen wir hier mal okay muss haben item in der ecke gegen der er geht doch mal aus dem weg hier ist ja kein alter kommt hierher kommt ich schlag euch an wir haben uns alle gegenseitig geblockt extra den weg gestellt die so viele leute gleichzeitig sich eine tür gehen wollen so stecken bleiben so bist du ja warte mal bevor ihr reinschaut guck mal alle warten eine reihe auch teilweise so ein paar selbstverständlich nicht nur das wir sind auch noch ein bisschen gold und so ich habe vier davon instant gekillt ja und der fünfte hat nicht gekillt weiter also generell mich hat sie zu danke dieses niveau ist einfach zu groß für dich time for some zwergenwitz komm immer noch mal dein gebiet danke leute machbar weiter da oben so lange ach lexus auch hier unten wir müssen erstmal hierüber selbst mal irgendwas zu achten genau hier war das was ich gerade sagen wollte wenn das so größere gruppen sind wäre es besser wenn ich erst einmal kurz die attacke ich erinnere mich ich erinnere mich bombe ich bin da das heißt dass das heißt ja ich bin voll in das eis gechargt ich dachte es hat nicht funktioniert weil es zu lange gedauert hat komm mal von dem eis runter wir merken dass wir nicht das eis was wir umgebracht hat ja aber das hat ja auch noch energie abgezogen lass mal rast machen wir haben doch den energiebalken geachtet bis jetzt war es ja noch nicht mal die beiden charge dann hätte ich ein schaden oben stehen das mag sein was die aber schon 0 hp tränke mehr gehabt und im buch kannst du nicht mehr zurück also da ist bei uns immer wieder in was mal ruhig dahin ja okay ich hatte dich 7 was ich habe ich nicht gesehen so ist es passiert jetzt noch ein und mobs sind gefroren ja okay ja weil wir das eisem geholt haben die selbst dinger hatte hier auf den namen er war der renner bahn ich glaube in der grenz ich weiß nicht ob das sicher okay ich wusste nicht wegen der reichweite ich hab's auch gekriegt ich bin unten gestorben möchte jetzt dann hast du drüben was die muslimische retten ist denn das ja das flammenschwert ist abgelaufen genau mittendrin das ist eben auch passiert ja habe ich gemerkt dass du es abgekriegt habe ich habe ja auch nicht verneint aber ich sag ja gerade du hast es halt abbekommen den hast von dem einen special ich bin tot wo ich bin auch hier lege ich auch wieder hier lege ich auch wieder hier lege ich auch wieder geil ok alles klar gerade wo ich das sammeln wollte jetzt habe ich das ding aktiviert scheiße warte du ja irgendjemand hat teleported auf einmal ja 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 hier ist der große hat mich jetzt die ganze zeit auf mich deswegen sind wir auch tot ach gott ist ja ich bin ich versuche mich gerade ein bisschen von den gegnern exos hier weggecharged wird so des todes ja man das geht schnell ich habe mal hier ein bisschen deswegen deswegen warum geht ihr den letzten so ich das auch ja ein ende kommt übrigens aber ich habe gesagt aber ich habe ein prozent so ich habe so aus übrigens richtig gut abgeschlossen diesmal der lappenhausha da muss nicht mal viel machen dafür ist was heißt ihr dich hier machen man ich kombiniere kombo an kombo und in der meister wo man basti und er haben sie eine bevor lexos über nein er hat einfach replayt aber die alleine gespielt hat oder bevor mir gespielt hat ja gut aber trotzdem kommen ja ich würde aber sagen das hat das letzte mal auch schon geschafft ja in der aufnahme session war ich auch schon zum ende in vollheit mich mal egal ich habe mich mal legendär wie viel grüne sachen ich bekommen habe ja das kommt halt davon wenn an die oberste schokolade nicht dran kommst ich habe mich auch dafür sonst kommt nicht dran ja so dass sie voran sagst du deswegen hast du auf den ganzen bildern immer nur noch einen horn am helme schon öfter mal ausprobiert genau der andere stecken drin steht so immer zwischen dem wein alter und springt so hoch so so alle aufdecken aber gucken wir mal was wir schönes gekriegt haben also ich kriege epische kriege epische sachen die schlechter sind als die blauen sachen die ich habe ich bin jetzt so an einem punkt wo ich sage ich verkaufe einfach keine items mehr weil ich das geld hat nicht mehr brauche wird sich immer eine andere ist das brauchst du jetzt nicht und da hast du irgendwann die ganzen legendären epischen items und muss die ganzen kristalle für sechs bis sieben tausend pro runde aufrüsten ich habe schon alles legendär oder episch wo ist dein gott dann muss dein gott dann wenn du es also so ist das ich sagst du alles legendär und episch hast du doch ein paar mal mehr replay der nein zwei level ich hatte gestern das alles ich habe halt mehr glück als zu ich ja das ist mit dem dumm sagt man doch versteht ich will auch dumm sein leider so mental aber das ist das das haben wir jetzt noch weg oh take a look through here er trägt an als wäre da irgendwas neues okay auf jeden fall haben wir jetzt die neun war das die neunte 12345 ne achte mission haben wir auf jeden fall abgeschlossen also der orden des wahren licht und als nächstes kommt dann die rückkehr des tyrannen aber leute wie ihr wisst das schauen wir uns dann wieder in der nächsten folge an wir bedanken uns fürs zuschauen wir hoffen es hat euch wieder gefallen und wenn ja denkt dran abonnieren glocke aktivieren support ist kein mord leute und in dem sinne bis zur nächsten folge auto rein